Hi, Margot, Matt. Hab mal ne Frage. Kannst du dich an einen Spieler, der Joshua behind the scenes, erinnern? Seh ich dich? Ich seh dich auch. Achso, ne, achso. Endlich seh ich dich. Jo. Freut mich, dass mich so viele mögen. Ja klar. Kannst du dich an... Wie nennt man das jetzt? Der mit dir auf... Was? Ne, ich mein... Hast du letztens zufällig 24 Stunden Bann bekommen? Einmal? Ah, weil ich hab ihn nämlich... Ich glaube, er war das, ich bin mir nicht sicher. Zumindest hieß der Margot, Matt. Ich weiß nicht, ob das 95 am Ende war. Der hat mich nämlich auf meinem Privatdecker und SDM in der Beschwerde geschrieben. Falls du das jetzt warst, tut mir leid. Ich war auch nicht böse gemeint. Äh, ich spate meinen Kuss ab. Vielleicht antwortet er ja noch was. Bevor wir hier Kühe melken gehen. Äh... Der... Den Joshua, Bernd, Mann, und sie... Abgeschossen hat. Das wäre jetzt geil. Bitte, bitte antwortet ja, bitte antwortet ja. Welche Folge ist das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wurde, bitte antwortet. Wurde, bitte antwortet, bitte antwortet, bitte antwortet, bitte antwortet, bitte antwortet und antwortet, bitte antwortet. Kühl ist Antwärm... Nö... Ich weiß nicht, ob du das warst, aber mich hat mal so ein Margot mit an... SDM't und ich hab ne... Beschwerde geschrieben und dann gab's nen... 24... Hey, wo du gehst? War echt so? Ne, war ich nicht. Ach, Mensch. Ah, okay. Dann warst du ein anderer Mago mit. Bin mal... Kühe melden. Okay, sorry, tu mir leid. Dann warst du es noch nicht. Ja, aber trotzdem, äh, ja. Jetzt kommt mir gerade ein bisschen doof vor. Ich muss hier leider kurz reingehen und dann muss ich auf... Start, Bauer, hallo? Und jetzt stich mal in den Wagen rein. Dann setz dich in den Wagen rein. Setz dich in den Wagen rein. Moment, und... Kühe melken. Ja. So, ich muss jetzt hier aussteigen und dann muss ich jetzt zu den Kühen gehen. Und jetzt muss ich Kühe melken gehen. Ich bin Bauer, ne? Den Abo von mir hast du echt verdient. Danke. Sorry nochmal, dass ich eben hier wegen Bannen und so und hab ich dich verwechselt. Tut mir leid. Und sorry, dass ich in Heli eingestehen bin, war aus Versehen. So. Kühe melken, Kühe melken, Kühe melken. Mensch, die Kühe, die stehen hier einfach rum. Kühe. Loll, wie sie sich anhören. Dank, was? Achso. So. Jo, Mensch. So, dann, äh... Hui, 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 hui. So. Kuh wird gemolken. Brandfernfernseh melkt Kühe. Auf zur nächsten... Scheiße, ich muss grad husten eigentlich. Auf zur nächsten Kuh. Zehn Kühe müssen wir melken. Hallo, Bunga, Bunga. Wo ist denn Margo mit jetzt hin? Anscheinend nicht da. Ja, aber danke. Danke, dass du... Dass ich... Dass ich mir das... Abo verdient hab. Das ist ja auch mal ein Kompliment. Na, dankeschön. So. Äh, lol. Wir rauchen hier jetzt mal eine Zigarette. Lol. Ja, wir sind Bauer. Alter, ich melke Kühe. Ich komm mir ein bisschen doof vor. Ich melke Kühe. Ich melke Kühe. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Ich hab schon dort... Die Geld gekauft. Jetzt haben wir gleich wieder 4000 Bar, ne? Ist ja auch mal was. So, Moment. Kuh wird gemolken. Was ist denn das eigentlich für eine Ansicht? Guck mal, wenn ich jetzt hier ein Mausrad drücke, sieht man nix. Lotto. So. Hab schon teilgenommen an Lotto, übrigens. Ach ja, habt ihr gesehen. Ich bin da ein bisschen durcheinander. So. Dann geht's mal los zur nächsten Crew, würde ich sagen. Das müssen wir schon... Wir müssen ja schon nächsten Crew, ne? Wir müssen schon nächsten Crew. Wir müssen schon nächsten Crew. Wir müssen schon nächsten Crew. Ja, so sieht das aus, wenn man Kühe macht hier. Auf ARD. Finde ich geil. Die Idee ist schon echt nice. Jetzt wäre es noch geil, wenn die Kühe sich irgendwie bewegen würden und nicht nur irgendwelche Objekte sind, die hier einfach rumstehen. Wäre mal nice, wenn das auch noch bald eingefügt wird. Wir melken Kühe. Bauer Brandfernsehen. 24-7 an. Kühe melken. Gut, so nicht, aber... Kühe melken. Mensch, Bunga Bunga. So. Huch. Oh. Und? Auf einer Kuh steht er drauf. Ich stehe gerade auf einer Kuh drauf. Hallo, Kuh. Kuh, 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 Kuh. Alter, wie das aussieht. Brandwehren sind auf einer Kuh. Muuu. Ja, genau. Muuu. So. Dann mal los, ne? Da hinten. Händen müssen wir hin. Händen müssen wir hin. Da hinten 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 müssen wir hin. So. So. Nächste Kuh. Oh, da nicht hier immer rauf. Mensch, meine Fresse. So. Kuh wird gemolken. Kuh wird gemolken. Wir sind ganz hart. Wir sind ganz hart. Die Kuh wird gemolken. so eine S5 kühl, wie langsam bin ich eigentlich? Run, boy, run! The Sun ist was, weiß ich was, jo, run, boy, run! Und Bunga, Bunga, fährt uns immer noch hinterher, Mensch, nice. So, Covid-Germolken. Jo, da verdienst du, glaube ich, ich glaube, das waren 4K, die verdient man dann auch in Bar, übrigens. Und ja, das ist ja halt eine Neuerung, auch auf dem Server, beim Bauernjob, als Farmer, kannst du jetzt mehr Geld verdienen und kannst auch noch Kühe merken, da verdienst du dann ein paar Geld und ich glaube, das waren 4K. Ist schon nice und ich glaube, beim Bauern verdient man aktuell am meisten Money überhaupt, wenn man jetzt farmt. Finde ich echt mal, das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist echt geil, super geil. Und ja, gleich ist Lotto und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ne, ich bin mal gespannt. Ah, Leute, übrigens, wenn ihr mal hier auf dem Server zockt und ich nicht online bin. Sag mir bitte mal hoch, sag mir bitte mal in die Kommentare oder wenn ich mal wieder online bin, bescheid, falls das mal so gewesen sein sollte, dass es irgendwann mal die 64 gezogen hat und dann gewonnen hat im Lotto. Das würde mich wirklich mal interessieren. So, 8 von 10 und ich liege hier schon mal auf dem Stuhl rum. Ich meine, so lässt sich's auch leben. Wir spielen hier auch real life, wir zocken hier real life, real life, real life, real life. Real life. Real life zocken wir hier. Das reale Liffen. Hallo? Renn doch bitte mal. 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 Bitte. So, da kommt die nächste Kuh auch schon. Warum können wir hier nicht eigentlich uns die Kühe aussuchen, die wir melken möchten? Das finde ich ein bisschen blöd, weil ich meine, hier stehen doch mehrere Kühe. Wie lange noch? Noch eine Kuh. Kuh. Ja, Alter, ich sollte mich doch mal wieder hinsetzen. Das wäre, glaube ich, besser. So. Eine Kuh. Noch eine Kuh, die wir melken müssen. Noch eine Kuh. Noch eine Kuh, die wir melken müssen. Noch eine Kuh. Noch eine Kuh, die wir melken müssen. Noch keine Kuh, die wir melken müssen. Gute Arbeit. Bringen die Milch zum Milchstand. Okay. Jetzt müssen wir die Milch zurückbringen. Milch zurückbringen. Zurückbringen vor allem. Na, egal. Milch bringen wir jetzt wieder hin. Zum Milchstand. Du lässt dich doch leben. Du lässt dich doch leben, Leute. Du lässt dich doch leben. Das ist ja aber wirklich ganz ehrlich. Das ist doch hammergeil. So, ab zum Milchstand. Ab zum Milchstand. Ab zum Milchstand. Oh, wir hätten da drin geparkt. Na, habe ich auch schon mal gemacht, da drin geparkt. So, 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 so. So, 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 so. Und? Hui. Jawohl. 4K verdient. In. Bar. Mensch, so, bin ich wieder aufgestiegen. Jetzt habt ihr auch mal den Job gesehen als Kühlmelk. Also, warte mal. Oh, Moment. Moment. Jobkleidung muss ich noch. Meine. Meine. Jobkleidung. Schnell, schnell, schnell. Ich muss meine Jobkleidung ausziehen. Wo war das? Wo war das? Irgendwohin? Muss man die ausziehen? Ich will ja nicht die ganze Zeit. Boah. Wobei, das wäre mal nice, ne? Wenn ich jetzt jemand als Bohr rumlatschen würde. Mit dem Bohrnskin. Das wäre irgendwie nice. Aber irgendwie auch nicht. Nee, komm. Irgendwie auch scheiße. Aber irgendwie wäre es auch eine geile Idee. Wo ist denn das jetzt ganz? Hä? Äh.